Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA 5 zum 26. Part. Ja, jetzt haben sich halt eben Trevor und Michael wieder gesehen. Und jetzt sind wir dabei, die Tochter von Michael wieder davon abzuhalten, ins Fernsehen zu kommen. Dann heizen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Alter. Ich bin ein Kale. Ich wollte wissen, was du schon seit ein Jahrzehnt. Easy, Tee. Keine. Ich bin ein Kale. Hey, wenn jemand braucht, mein Freund. Ich bin ein Kale. Ich bin ein Kale. Okay? Es ist zu lange für Kale. Und seine Magicale Macht hat einen Schaden auf mich. Fine. Oder Yoga. Oder Koch-Therapie. Ich bin ein Kranke-Kannibalismus. Ich bin ein Kranke-Kannibalismus. Ich bin ein Kranke-Kannibalismus. Ich bin ein Kranke-Kanagai. Oh, keine Worte, Tee. Wenn sie das Gespräch haben, dann gehen sie direkt zum Schadenkriegen mit deinem Schein. Ich bin ein Kranke-Kannibalismus. Sie sind sehr entspannt, um meine Namen zu sagen? Sie sind zu großartig, wenn sie zu sagen, was sie noch so gut verletzt? Sie sind sehr entspannt und Sie sind nach dem Los Santos-Embarrassungen? Huh? Ist eine letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Woh, Mann, Sie haben keinen Kranke-Kannibalismus. Ich habe zehn Jahre anhand der Worte zu machen. Die Kranke-Kannibalismus ist ein langer Weg. Fynn, Fynn, wenn die Kranke wollen. Wundt, Wundt, wow, hm, ich will deine Tochter schützen, weil sie einen Scheiß von ihr selbst machen. Oh, wirklich, Mann? Wirklich, was ist das? Geld oder ein Kampf? Was? Was hast du denn da für? Ich bin jetzt auch immer so doof, wenn die sich so lange unterhalten, aber ich glaube, das ist auch realistischer, weil viele unterhalten sich ja auch in echt so lange. So, dann gehen wir jetzt mal da rein. Also, das war jetzt mal eben mal richtig gefällt. Also, da sind wir hier. Und wo sind sie? Hallo, Sir, kann ich bitte dein Name haben? Wo ist Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta? Screw das! Wo ist Laszlo? Alright. Yeah. Das war wirklich... Alright, es ist die Auditions, Fame or Shame, Season 14, right hier in Vinewood, San Andreas. Coming up next, es ist Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Tracy ist ein Dancer, aber sie auch magst du acting, modellieren und arbeiten mit Kindern. Das ist schön. Du bist so original, wie ein Basketball von Puppen, oder ein Rainbow, oder ein Pile von Puke. Oh. Who sind diese Cläns? Das ist mein Dad und... Trevor? Two Dads. Oh. Wow. Very Santa Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill. Make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. Alright, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. When I came home last night. You wouldn't make love to me. You went faster. Ah. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Oh. Now, it's a step of 20 in this. Oh. I can't fucking do something about this. Uh, uh, that's enough. Oh, oh. I said that's enough. Oh, hey. Hey, I got security. Security. What'd you fucking say? Come up, big guy. Come up. No. Fuck. Oh. Come here, you little shit. Oh, Alter. Jetzt sind wir da richtig mal in die Show reingepplatzt. I just want to talk to you. Get the fuck out of here. Listen, if I've talked with you, you know what I mean. We took our ride, we take their truck. There, we take the truck. Hey. Hey. Not my rig. Alter, was denn jetzt los? Aha. Hast du den Michael haben wir ja ganz schön vergessen. Aha. Alter, da haben wir ja mal richtig rumgefällt. Tracy, geh nach Hause. Hey, wo sind wir weg? Till. Hast du das gesehen? Was ist das? Nichts. Oh, war ja wieder klar. So. I got a deposit on that truck. We're running that prick down. He took a left. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise your daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. We're going to flatten his toy car in this big rig. Don't you learn. Fucking Laszlo. I knew he was an asshole. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a race. He went left. He went left. Ja, aber warte, jetzt schießen wir mal drauf auf die Tracksau. Ich wusste, dass dieses Video fülle von Doucherbägen wäre. Können wir es ein bisschen schneller machen? Vielleicht mit dem Schraubbäck auf die Seite. Genau, genau, hier. Es geht um zu der Seite. Du kannst nicht in den Celebrity-Skandien gehen. Zehn fucking Minuten in L.S. Hör auf! Dieser Scheißer könnte sehr bekannt sein, aber oh! Wir kriegen ihn! Wir kriegen ihn! Aber wir nehmen sicher unsere Zeit über das. Hör auf! Hör auf! Ha, ha! Wir gehen in den L.S. Ich kann das sehen! Ich liebe diesen schlossenden Mann-Hor auf der TV! Ich liebe ihn auf der Radio! Oh, ich glaube, er hat jetzt irgendwie einen Unfall gebaut oder so. Ha, jetzt sitzt er in der Falle hier! Hey, hey, ihr Leute! Wir sind aus der Batterie, hm? Ich wollte nichts über das, okay? Oh, ja? Die kleine Mädchen satte auf meinem Lauf, als sie zwei Jahre alt war. Und ich versuchte Gott, dass ich den Scheißer aus würde, von jemanden, die fucking wronged ihr! Ich bin nur ein dumm A-List-Celebrity, versuchen zu entertainen America, okay? Ich habe vieles zu tun, seitdem du zu töten. Jetzt habe ich mehrere Sexual Harassment-Horassungen. Plus, ich bin ein addict, alright? Und ich habe relapsed. Ich kann nicht stoppen, dude. Ich jacken in traffic. Was ist dein Talent? Ich meine, aside von Love & Sex. Dude, haben Sie gesehen mein Show? Es ist nicht live, es ist nicht lustig. Das ist mein Genie. Ich habe kein Talent. Du wunderschön bist, Tee. Du sprichst dein Punkt. Das ist deine Frau. Du solltest du den Scheißer aus dem Kopf von dieser Mannschaft! Und du! Pants. Off. Okay. Hier geht's. Ich bin gut. Was machst du? Jetzt, ich möchte, dass du sechst, Celebrite, hm? Ich brauche Musik, oder? Du schaust mich, oder? Ich bin gut. Ich bin gut. Gut. Was ist das? Okay, okay. Okay, jetzt, drop es wie es ist hart, okay? Ich möchte dich schön und schlafen. Komm schon! Lauf! Lauf! Komm schon! Bitte nicht mich, okay? Ich bin auf dem Magazin-Kaufs nächsten Woche. Okay, komm schon. Get up! Take off! Jetzt! Before ich meine Gedanken mache. Ich habe alles auf meiner Kamera, du scheiße! Du scheiße! Du scheiße! Du scheiße! Du scheiße! Ich gehe nach Hause. Wie warst du ohne mich, für neige Jahre? Oh, scheiße! Dave! Wir brauchen zu sprechen. Ich war zu erzählen dir das gleiche. Okay. Meet mich auf der Galiläu-Observatoire als schnell du da kannst. Okay. Ja, mein Freund, jetzt stecken wir wieder in der Haut von Michael drin. Fame or Shame. Sie haben ein Trophäe verdient. Wiederbelebte Freundschaft. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch erstmal die Missionen... ... vom Trevor. ... vom Trevor. ... vom Trevor. ... vom Trevor. Also, wir haben jetzt noch mal die Missionen, würde ich sagen. Ja, weil, okay, wir haben jetzt gerade mal zwölf Minuten aufgenommen und ich denke mal, da können wir noch ein bisschen was aufnehmen. Alter. So, wir nehmen jetzt hier mal die Abkürzung, weil ich bin zu faul, hier den richtigen Weg zu fahren. So. Oh, da wären wir auch schon. 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 Amoklauf sozusagen. Doch, da wären wir auch schon. Das war's für heute. Jo, komm nur her, alter, Schmaus, fertig! Oh, ha, ha! Oh, ha, ha! Alter, es geht ab! Ich hab's geschafft. Tschüss Freunde, also bis dann.